so also was haben wir ein schönes ich mach mal was anderes hier überlebenskämpfe nicht überlebenskämpfe quatsch alles gut ich wollte ja gar nicht noch mal machen ich gucke aber hier noch was interessantes haben ja dann machst du dann machen aber warte mal kurz ich will mal gucken irgendwo ist es muss auch noch das mit dem vom dach schieben geben ich weiß dass es das gab ja es gab nur ich glaube dass die normalen simon ist jünger ich weiß aber nicht wie sie heißen kann ich kenne die ja auch das ging ja jetzt bei dem auch hier zum beispiel bist du darum hatte mal gerade kurz job spielen von rockstar erstellt gegner wo es das ist zum beispiel auch ein cooler modus hast den würde ich auch gerne machen ja törfer ist auch nicht schlecht da musste gewisse musste gebiete markieren und so ja da musste praktisch das ist wie hier der eine ist blau und dann muss alles blau färben und der nächste ist gelb der muss alles gelb haben und so haben wir alle aber die hätte sich sagen bis das entscheidet die haben wir nicht alle gemacht ich habe einer fehlt uns noch und die müssen wir gucken dass wir die noch immer mal gemacht bekommen sumo ja hier das ist es doch sumo 1 nicht der remix aber das ist der normale sumo modus die sind direkt da drunter willst du das mal probieren ob da also auch jeder ja ich schau mal gerade aber wie gesagt mit drei drogen danach was ganz anderes ja würde ich sagen so anzahl der teams kann ich keine anstände kann ich nicht aber aber bei drei leuten nicht ich halte es um auf drei teams so alle aus aktueller sitzung meine crewmitglieder einmal müsste halt auch jetzt schnell nur schnell sein einladungen sind raus jedenfalls mal kurz ich habe ich gar nicht gesehen ich habe zum karten neben mir da genau kommt wunderbar und jetzt hoffe ich dass hier noch ein paar leute kommt und manchmal spielersuche an hier muss ich mal offen lassen so ich hoffe dass ich jetzt ein paar leute kommen ansonsten müssen wir halt gucken das war gar nicht was anderes noch machen das war nur mal kurz die einzelne dinge zeigen und dann später noch mal ran so spieler wird eingeladen natürlich kommt es kaum einer ich habe jetzt drei teams mal drin ist dass jeder wird jetzt eine einzelne spielen damit es auch ein bisschen mehr sinn macht als gerade eben ja klar und ich glaube hier ist das nämlich auch nicht mit dem kreis das mit der zone sondern das ist hier wirklich unterschrieben vom vom dach ja ja ist es halt schade sind jetzt keiner mehr dazugekommen pinkes team lila team ja jetzt haben nämlich drei verschiedene teams ja wie gesagt wie marco schon gesagt hat wir brauchen dringend leute mal schauen so mit meinem pinken flitzer hier und hier geht es jetzt darum wie gesagt die leute wirklich vom dach zu schieben und nicht nur scheiße glück gehabt und die stationen mit dem arsch dahinter die alte die alte die könnte ich auch ja die will nur geht ja spielen wie alt ist sie wie alt ist deine schwester aber du fragst mich jetzt was wenn ich genug ist und reif in der bühne dann kann sie mitspielen das ist das problem muss halt wenn du mir jetzt sagen sie ist 13 14 15 dann ist mir das die muss hat nur wissen dann wieder auch mit der aufnahme dass man sie hört ich kann sie ja mal einer dann könnten wir sogar noch so halten wie weit ist sie vom level her oder ist sie als am anfang oder sie ist sehr gut beim level okay dann können wir theoretisch wird theoretisch noch die gruppe ja gucken wir gleich mal ob sie da bock drauf hat so dann machen wir erst mal hier noch den modus fertig und dann gucken wir uns auch gleich in der nächsten folge dann noch mal die heiße weiter machen das ist verdient ja das ist unfair 2 gegen 2 gegen 1 ja bei mir oder beider also wir wir haben keine frage an dich hast du lust gleich mit uns zu helfen bei den heiß wir wollen die sind doch beim serial finale uns ist jetzt quasi der zweite mal der vierte spieler abgesprungen wir sind eine kleine gruppe aus let's play an also markus streamer ich netz player und die waren eigentlich auch mit dabei weder noch aber auch bespaß an der sache und wir suchen halt den ring vierten spieler nicht nur für die heiß sondern auch für die anderen ja wir sind auch kurz in den autokloppen ja wir machen ja noch kurz den summo modus und dann würde ich dann die heiß ich lasse ich gerne einen kopf zum verwaltet sie ja 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 auch für diese gewisse handbremsen deaktiviert aber jetzt stehst hau ab also marcus stand marcus stand marcus stand an der wand und schiebste von der seite weg und ich fahre hinterher perfekt ja mir raus die dreck ja mich hier ist doch schon weg gehauen ja und dann huch die seppels hinterher hat er gefallen ok das war jetzt aber ziemlich lustig ach Gott das war gerade bescheuert ja hat zwei drei tote also ich bin zwar jetzt anatomisch nicht immer so wissen aber normalerweise ist es doch andersrum oder im arschen halten was das war immer mit freien wo du sagst ich kann dir danach um 20 ohne einladung schicken das war mir meine zu nicht noch sind wir wieder an den kunden ja ach keine sorge yvonne ist auch schon nicht präsentiert da marcus bums die zumindest sehr oft in game nur marcus war doch nicht von mir so du bist ein gokart genau einladen auch nicht so bin ich vertreten aufgelandet der zockt ja auch geht ja ich habe jetzt dann gleich mal kurz ein also soll ich soll ich die heißt dann jetzt aufmachen oder sollen wir noch was anders machen lust können wir auch gerne wenn ich die geld habe irgendwann hier das kann man danach machen also heute mal große frage ist jetzt wie gesagt soll ich heiß aufmachen sollst du nicht aufmachen dann mache ich mich zurück zum zum apartment ich lade gleich eh ein nur ich brauche halt eine antwort jetzt gerade naja wie gesagt ich weiß noch nicht worauf ihr überhaupt bock drauf habt wenn ihr keinen bock drauf habt dann mache ich das gar nicht jetzt machen weil dann ich fahre jetzt zum apartment ich muss mal am apartment fahren ich muss ja nicht aber was erwartet ein an ich habe zu suchen über den ganzen hausen die komischen kameraden wir haben wir Wir haben hier eine... Ach, Thomas ist hier mit auf dem Server. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Macht ja nichts. Wir sind jetzt sehr gleich weg. Wie gesagt, wir sind jetzt wahrscheinlich ein Geist. Gut, dann lade ich euch jetzt gleich ein. Lampen! Ich mache Lampen! So. Gut. Ach, Dead by Daylight. So, Moment.